So und Marie Droste ist bei mir im Studio. Marie, du hast dir jetzt auch nochmal diese Maßnahmen angeschaut und vor allem auch, was sie denn bringen würden. Ja, ich sag mal so, der große Game Changer ist wahrscheinlich nicht zu erwarten. Man bedient sich jetzt so eines kleineren Stückwerkes, um zumindest ja auch das Gefühl zu vermitteln, wir nehmen die Problematik wahr und ändern auch was. Vielleicht schauen wir mal dezidiert auch auf die Grenzkontrollen, die ja wirklich der Game Changer, die 180 Grad Wende bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser darstellen. Grenzkontrollen sollen also nun an allen deutschen Grenzen eingeführt werden. Bisher ist es so, dass ja an vielen Grenzen schon kontrolliert wird und der springende Punkt ist eben, dass wenn Menschen herkommen, wenn die an der Grenze auch dort zu den Bundespolizisten sagen, dass sie Asyl beantragt werden, eigentlich im Regelfall ein Asylverfahren dann auch eingeleitet werden muss. Diese Kontrollen, die hat man in den letzten Monaten intensiviert. Nun soll das Ganze also nochmal ausgeweitet werden. Und klar, wenn man also näher hinguckt, stellt man auch mehr fest. Wenn wir da also schauen, gerade die Grenze zu Polen und Tschechien hat eben wirklich auch dazu geführt, dass man da deutlich mehr illegale Einreisen auch festgestellt hat. Zu Österreich wird ja schon, das vergisst man immer wieder, auch seit 2015 kontrolliert. Auch Frankreich hatte Kontrollen schon mal eingeführt. Und wenn wir jetzt darauf gucken, was bringt das eigentlich, also wie fällt die Bilanz letztendlich bisher aus, da muss man feststellen, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres 42.000 unerlaubte Einreisen dort registriert worden sind. Und man hat sogar schon, das ist ja die Forderung der Union, die wir immer wieder hören, Zurückweisung an den Grenzen. Das hat man sogar schon gemacht. Und zwar in 21.661 Fällen, also in 51 Prozent der Fälle, wenn Leute dort eingereist sind, hat man das eben genau gemacht. Das sind dann also nicht immer Asylbewerber im klassischen Sinne. Das sind manchmal auch einfach Menschen, wo letztendlich eine Aufenthaltserlaubnis zum Beispiel schon abgelaufen ist, die also ein abgelaufenes Touristen- oder Arbeitsvisum hatten oder möglicherweise auch eine Wiedereinreisesperre, weil sie in der Vergangenheit schon mal abgeschoben worden sind. Also das hat schon eben auch gewirkt im Jahr davor. Da war dieser Anteil noch mal ein bisschen geringer, denn gerade die Grenzkontrollen Richtung Polen, Richtung Tschechien, die hat man ja erst im Oktober eingeführt. Deswegen, da sieht man schon, wir haben auf jeden Fall einen besseren Überblick, wie sich das Ganze entwickelt. Das will man also deswegen auch noch mal ausweiten, dann auch an allen deutschen Grenzen. Ob das ebenso effektiv ist, das muss man dann auch mal sehen, gerade im Hinblick auch der Flüchtlingszahlen. Denn was wir zumindest schon mal sehen, ist, dass die Zahl der Antragsteller im Asylsystem, die sind auf jeden Fall in diesem Jahr massiv gesunken. Und der besondere Fokus der Politik, der ist ja momentan auf den sogenannten Dublin-Fällen. Auch da habe ich noch mal ein bisschen was zusammengesammelt, vor allem auch Zahlen. Vielleicht erklärt man es einfach mal. Also Dublin-Fälle, wenn davon die Rede ist, sind im Grunde genommen Menschen, die eigentlich bereits registriert worden sind, nämlich in ihrem Ersteinreiseland. Das ist also genau die Problematik, die wir in Südeuropa haben, also Griechenland, Italien. Deswegen haben die ja von Anfang an immer gesagt, letztendlich, was sollen wir machen mit den ganzen Menschen, die also bei uns zuerst europäischen Boden betreten. Und genau da haben wir nun also den Ansatz der Bundesregierung, also Leistungskürzungen, die will man da durchführen. Da haben auch schon Gerichte angekündigt oder Asylorganisationen, dass sie das noch mal überprüfen lassen sollen. Denn der Anreiz soll zumindest sein, wenn also hier kein Taschengeld mehr gezahlt wird, sondern wirklich nur noch Bett, Brot und Seife, wie es dann auch immer so heißt, zur Verfügung gestellt wird, dass die Leute dann freiwillig gehen. Das ist fraglich, ob das so funktionieren wird. Denn die Realität, die ist sehr kompliziert, gerade bei diesen Dublin-Verfahren. Denn wir haben es bisher auch eben gehabt, dass in der guten ersten Hälfte des Jahres, also bis August, dass wir fast 50.000 solcher sogenannten Übernahmeersuche, die man dann also an die Erstregistrierungsländer stellen muss, und davon haben sogar knapp 29.000 geklappt. Also die Länder haben grundsätzlich gesagt, okay, den oder die nehmen wir dann auch zurück. Aber, und jetzt kommt es eben, die Realität sieht anders aus. Dieses ganze Verfahren dauert Monate. Und nicht mal 4.000 Überstellungen haben dann in der Praxis funktioniert, einfach weil es lange dauert. Auch teilweise, weil Verwaltungsgerichte hierzulande entscheiden, nee, also nach Griechenland können wir die Leute nicht zurückbringen. Da sind die Standards so niedrig, dass das mit deutschem Recht dann überhaupt nicht vereinbar ist. Also da muss man wirklich sagen, gerade diese Fälle, und zumal, wenn man jetzt sagt, in Grenznähe will man entsprechende Zentren bauen, also quasi wie Abschiebeeinrichtungen. Die Kapazitäten braucht man noch. Auch personell müsste man die Bundespolizei massiv auch nochmal aufstocken. Aber es ist ein Signal, vielleicht wirkt das auch schon in die Fluchtländer. Aber ob das wirklich in der Praxis dann die große Bewegung bringt und die Umkehr in der Asylpolitik, das ist fraglich. Es ist kompliziert, wie es immer so schon heißt, der Teufel, der steckt im Detail. Und vor allem, ich bin mal gespannt, wie zeitnah das dann auch umgesetzt werden kann. Klar, Grenzkontrollen kann man relativ schnell aufbauen, aber die grüne Grenze haben wir ja auch noch. Und gerade diese Asylzentren dann für die Dublin-Flüchtlinge. Das könnte sich wohl noch eine Weile hinziehen, Marie. Ich danke dir sehr. Vielen Dank.